guten abend ist es ein guter abend oder ein frustrierender abend ich weiß es gar nicht die em neigt sich dem ende zu wir haben heute das zweite halbfinale gesehen ihr seht schon wir sind in einer außergewöhnlichen dreierkonstellation bei mir ist es always flo blüchel und schön dass du auf diesen kanal oder zu diesem kanal gefunden hast dass du heute mit dabei bist manu thiele ich freue mich sehr schön dass ich dabei sein darf darf ich jetzt gleich mal football is coming home singen ja singen gott das will ich jetzt gleich mal auf ich sage gleich mal als antwort darauf ich habe in die stream info gerade irgendwas reinschreiben müssen und für mich kam nur in frage how is this coming home ja stimmt oh gott jetzt aber nicht beleidigen werden nicht beleidigen werden vor allem gegenüber gästen hat er mir gerade geschrieben dass ich nicht singen kann hat er voll und ganz recht nein also ich meine ich habe ja england als europameister getippt ich habe aber ehrlicherweise ab dem zweiten gruppenspiel nicht mehr daran geglaubt ich habe england ins finale getippt und habe ab dem ersten spiel eigentlich an nichts geglaubt ich habe auch kein als torschützenkönig und an nichts konnte man eigentlich glauben aber ja gut abonniert mit prime vielen dank es geht schon wieder los ibrahimovic mit der hake macht das ding ich stelle manu direkt mal die frage schon angekündigt steht england verdient im finale wollen wir über das spiel sprechen oder über das turnier weil ich glaube das wären zwei verschiedene antworten wenn wir über das turnier sprechen finde ich schon dass dass man als engländer sehr glücklich sein kann ich kann mich erinnern ich bin vor ein zwei wochen in berlin gewesen und bin auf der fan meile rumgelaufen es war auch ein england spiel ich weiß gar nicht mehr welches es war vielleicht letztes gruppenspiel müsste es gewesen sein und da haben die engländer geschrieben we are shit so und das haben sie sehr gut zusammengefasst also viel viel tiefer hätte man da überhaupt nicht in die analyse der einzelnen spiele hineingehen müssen das war wirklich richtig schlecht so und aber wenn ich mir dann dieses spiel wieder ansehe und wir werden ja gleich noch mal so ein bisschen rein starten schauen wir uns die wechsel von den niederlanden an schauen wir uns die art und weise wie die niederlande gespielt hat finde ich schon wieder verdient weil auch england in diesem spiel neue sachen ausprobiert hat also diese variabilität dass die spieler wenn wir über foden sprechen über bellingham auch kein menu die haben ja alle nicht so diese eine feste rolle gehabt ist mein gefühl gewesen sondern sind sehr viel auf dem platz unterwegs gewesen zumindest in der ersten halbzeit und dann fand ich schon spannend wie sie so dann auch die niederlande unter druck gesetzt haben wie sie ihnen probleme bereitet haben und deshalb fand ich sie jetzt in dem spiel gar nicht schlechter als die niederlande muss ich sagen das war not gegen elend und ja elend elend hat vor dem spiel gegen pressing ins englische zum ersten mal übersetzt also in der ersten halbzeit war da der ein oder andere moment wo ich echt mir dachte ach geht ja doch mal wieder ein ball gewinnen im gegnerischen drittel nur auf beiden seiten war halt dann das problem dass im letzten drittel wieder tote hose war und ich hätte nie gedacht dass ich das in dem turnier noch sagt die auswechslung von depay hat holland schlechter gemacht also der war ja wirklich der hat ja mal ein paar akzente setzen können noch in der anfangsphase aber danach war halt mit malen vorne drin er ist halt überhaupt kein neuner und dann aber benny du wirst gleich eh du hast ja dich schon wahrscheinlich auf twitter noch mehr aufgeregt als bei uns hier in unserer kleinen whatsapp gruppe dann diesen wechsel zu vollziehen komm benny ich lass dich los nein also ich habe heute nach den ersten fünf minuten für mich ein urteil gefällt wer von beiden also welchen trainer zwischen wenn ich mich zwischen komann und southgate entscheide welchen trainer höher renke und es mittlerweile so dass gary southgate höher renke als ronald komann das ist eine der hat heute england und das hat der chat gerade richtig geschrieben der hat heute england das finale geschenkt das war der schlechteste matchplan den ich glaube ich jemals gegen so eine englische mannschaft gesehen habe der dude danke für dein abo und schreibt gerade rein moin sind jungs und danke machen für deine zweite bundesliga prognose ha ho he wird da gerade reingeschrieben okay weiß nicht was er meint ich auch nicht aber ja wahrscheinlich wahrscheinlich ist es die aufforderung dass eine kommen soll so weit bin ich ehrlicherweise noch nicht in den planungen ich bin noch total im em modus nachdem ich gestern jetzt auch beim ersten halbfinale im stadion war und jetzt auch am wochenende in berlin sein werde mal schauen ob es für tickets fürs finale reicht steht noch nicht so hunderttausendprozentig fest genau aber ich bin noch total im im modus und freue mich ehrlicherweise auch aufs finale so obwohl england mit dabei ist muss man auch dazu sagen finale ist immer special aber ganz ehrlich wir müssen ja trotzdem heute wirklich über die niederlande sprechen also wirklich ich weiß nicht was ronard komann sich da heute gedacht hat das war ein bodenloses mittelfeldpressing ein bodenloses mittelfeldpressing gegen engländer die ja kobe mainu hat ein paar gute pressing gegen pressing momente gehabt also vor allem den kobe mainu aber die waren jetzt nicht sonderlich scharf im gegenpressing also eigentlich hätte die niederlande immer relativ easy ohne gegnerdruck aufbauen können dann weg dann dann kriegst du das geschenk und memphis depay der gar nichts gegen den ball macht muss runter nach zehn minuten du bringst fährmann rein und kommst dann auf die idee jeden ball lang nach vorne zu schlagen weil du ein bisschen unter druck kommst die haben keine struktur gar nichts und ja ich bin voll bei dir manu england macht es heute wirklich gut also die haben du siehst bei england sagen nicht gut besser besser sie machen ich finde erste halbzeit war gut ich finde wirklich dass du bei der mannschaft und ich weiß nicht wie viel man da gary southgate zuschreiben kann aber du siehst zumindest ab achte finale den inhaltlichen lerneffekt weil sie da nicht mehr dieselbe schose gespielt haben wie in der gruppenphase da gab es dann schon vereinzelte veränderungen und heute hat es schon sinn gemacht also mit so vier freigeister mehr oder weniger im zentrum mit sehr hohen außenverteidigern aus einer fünfer kette heraus verteidigt und 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 also aber aber manu ganz ehrlich die niederlande was also was wie bewertet man dieses turnier von denen also ich habe mir ich habe mir hier so ein paar notizen aufgeschrieben und so während dem spiel merkst du ich habe mir ganz viel zu england aufgeschrieben und ganz wenig zu den niederlanden und ich glaube dass das beschreibt ziemlich gut weil bei england dann siehst du wieder sachen siehst okay das funktioniert so das funktioniert so und bei den niederlanden habe ich mir glaube ich eine sache hinten raus in der zweiten hälfte aufgeschrieben und das war okay hoher ball auf welchhorst er legt den quer und plötzlich ist die dynamik weg so dass das war so dass was am auffälligsten war so diese langen bälle die kannst du ja spielen das ist ja auch okay wenn du wenn du so einen stürmer wie ihn hast hättest du eigentlich auch viel früher machen können hättest ihn viel früher reinnehmen können aber das ist ja genau denn die sache mit dem wechsel was du angesprochen hast aber wenn du halt dann nach außen legst und irgendwie das gefühl hast dass irgendjemand auf die handbremse die handbremse so anzieht und du merkst wie die engländer alle plötzlich wieder hinterm ball sind und du denkst okay und was machen wir jetzt was passiert jetzt als nächstes und das ist glaube ich das größte problem von den niederlande gewesen dass sie selber nicht so genau gewusst haben am ball wie kommen wir nach vorne wie kommen wir schnell nach vorne und wenn mal ein raum offen war dass man dann nicht den mut hatte da mal reinzustechen sie hatten halt immer die hoffnung dass dieser zweite ball im idealfall bei hakpo landet und der dann einfach ins tempo dribbling geht oder dann doch irgendwie noch zu simmons und der hat eine idee also wieder beten auf einzelnen das ist doch hero ball das ist ja eigentlich englischer hero ball ja ist es ja ich muss also für schaffig simmons muss ich aber heute eine lanze brechen der war unglaublich gut heute also der der hat heute eine sache gemacht das hat ihn von jedem spieler der niederlande unter unterschieden dass der sich immer in den druck rein bewegt hat aber im druck immer anspielbar war und ganz häufig für die niederlande da aufgelöst hat wo sie normalerweise gar keine sonne gesehen haben heute und hakpo fand ich heute komplett blass aber bevor wir darüber sprechen dass uns vielleicht erst mal wenn wir es chronologisch machen aber dem tor von xavi simmons anfangen da stelle ich an euch beide und den chat die frage manu kannst gerne anfangen muss pickford den halten und das ist ein fehler von declin rice er muss ihn halten meiner meinung nach der also pickford ist ein ganz komischer torhüter ich verstehe ihn auch nicht so ganz der hat so ganz komische bewegungsabläufe und das hast du hier in dieser szene aber dann auch später noch mal in einer anderen torschance gesehen dass er mit den füßen nicht so richtig weiß wie er wann trippeln muss wie er wann abspringt und dann ist der ball ja noch nicht mal richtig ins ex sondern relativ zentral auf ihn und dann ist er glaube ich sogar noch mit den fingern dran und wenn du das ist immer so so ein learning würde ich tatsächlich sagen aus dem torhüter spiel was zumindest mir in der jugend mal gesagt wurde so ganz lange her wenn du halt den ball berührst oder mit der hand hinter dem ball kommst so halbwegs dann musst du ihn haben und deshalb also ich fand das ganz komisch war oli kahn dein trainer oder wie wäre geil also ich habe ja du kennst ja hier das büro und da hänge so ein paar oli kahn bilder auch wäre geil also nee aber ich finde schon dass du den musst du eigentlich haben das war ich weiß nicht wann er das mal gesagt hat der anfangszeit seiner seiner experten tätigkeit meinte er wenn du rankommst mussten auch haben das ist immer so die die oli kahn rule gewesen ich erinnere mal zurück vor dreieinhalb wochen erstes spiel da haben wir über einen torwart fehler von auch einem torhüter von der insel gesprochen wenn ihr erinnert sich oder nach mir namen und ich erinnere mich wahrscheinlich das erste wirds tor gegen schottland ach so ja ich ja auch alleine und habe dann gemeint ja ein guter heldin englischer torhüter eben nicht und ein schottischer ist halt noch mal ein schlechterer einer englischen variante und von dem her gehe ich da wieder mit pickford einer geschieven weltklasse oder kreisliga ich habe den bisher ganz ganz selten mal auf weltklasse gesehen also zumindest noch nie ein spiel mal durchgehend und von dem her muss ich eigentlich schon wieder sagen ja den sollte man haben ob ein engländer den halten kann ich glaube der letzte engländer der den kalten hätte über david siemen habe ich auch gerade an ihn gedacht aber der war ja auch zwischen genie und wahnsinn der hat die an einem tag unglaubliche dinger wie zum beispiel auch sonnen gehalten und dann rutscht ihr wieder so ein ganz ungefährlicher bald durch irgendwie so ein ganz komischer freistoß das war bei ihm immer abhängig davon wie er den den dutt getragen hat glaube ich aber wir sind wir sind uns doch glaube ich alle drei einig dass der fehler vor dem gegentor schon dass es geht schon auf deck den reiß also das ist schon sein ding der finde ich auch ich weiß nicht wie ihn bewertet bei dieser em aber teilweise auch ein bisschen unglücklich aussah also in gewissen aktionen situation ich habe da ich habe da einen take und da hätte ich gerne mal eure meinung zu weil ihr ja jetzt auch england während der europameisterschaft sehr ausführlich immer besprochen hat ich finde deckt dass deklin rice und spieler ist der viele verantwortungen in der englischen nationalmannschaft hat abräumen gleichzeitig so einen spielaufbau gestalten und dass das vielleicht auch ein bisschen zu viel für ihn ist auf dieser tiefen sechser position weil er dann doch im verein öfters mal weiter vorne gespielt hat und dementsprechend so wirkt es zumindest auf mich weniger weniger aufgaben hatte und dass ihm jemand daneben fehlt ob das setzen philips sein muss aber dass ihm jemand fehlt der so ein bisschen den druck von den schultern nimmt jemand der auch ein bisschen erfahrener ist ein bisschen ball sicherer mit erfahrung aber also jetzt nicht 19 jähriger der halt einfach viel mit instinkt löst viel probiert aber wo dann auch immer mal wieder sachen nicht funktionieren also ich habe immer so das gefühl dass das mittelfeldzentrum von england im allgemeinen ganz ganz schwierig ist ganz ganz eindimensional und das wenn du halt dann irgendwann hast du ja dieses u des todes mit deklin rice ja dann noch irgendwie so ein bisschen was probiert aber weiß nicht also vielleicht bin ich da auch total auf der falschen fährt aber jedes mal wenn ich mir england ansehe denke ich mir was ist das denn eigentlich für ein zentrales mittelfeld um die frage wenn ich sie gleich mal beantworten darf ja 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 und am ende eben nicht der alte sondern ich finde bellingham wäre der pick daneben wenn du ihm bellingham an die seite stellst und eben nicht da vorne fast ein bisschen verloren hängen lässt bin ich der meinung dass rice das was du gerade gesagt hast ein bisschen von dieser ich muss das alles machen und dann weiß er okay das ist bellingham so denkt dass ich jetzt okay das ist mainu mainu hat es aber heute besser gemacht sogar als rice und trotzdem ist rice halt ja nicht derjenige der dieser diese absolute go to guy einfach ist sondern der ist halt grundsätzlich einer der auf extrem hohem niveau immer abliefert aber in dieser hühnerhaufen truppe muss man sie einfach fast nennen gucken sie alle schon so ein bisschen was sagt er an weil er so ein bisschen der der skipper halt sozusagen ist und ja ich finde den den take von dir gar nicht so verkehrt dass er dahingehend vielleicht ein bisschen zu schwer belastet ist mit der nummer ist das aber vielleicht auch so ein grundsätzliches englisches problem habe ich mir mal so vor ein paar tagen gedanken darüber gemacht wer ist denn eigentlich ein englischer spielgestalter und mir ist ehrlicherweise niemand eingefallen also wenn wir jetzt über so einen keine ahnung andrea pirlo reden den gibt es ja im englischen fußball nicht und den gibt es ja schon seit jahrzehnten nicht du hast diese box to box spieler die mit sehr großer füße ist mit tempo nach vorne spurten die den ball nach vorne tragen aber es gibt ja niemanden der dir von entweder der sechser position oder der achter position wirklich geregelte spiel aufbauen kann ich sage hat konnte das schon ein bisschen aber froh dass heute heutzutage der taktgeber bei england wenn wir jetzt auf die mannschaft gucken muss eigentlich der trainer sein und ich glaube dass decken weiss auch den zum großteil fehlenden strukturen sehr zum opfer gefallen ist weil der halt sehr sehr viel alleine covern musste alleine in der rest absicherung immer die komplette horizontale alleine plus du hast halt in vielen momenten sehr große abstände ich finde dass declin rice dann der beste sechser der welt ist wenn er einen klaren aufbau und pressing gegen pressing strukturen spielen kann und wenn die nicht vorhanden sind ist es immer ein bisschen schwierig und ihr habt aber beide trotz alledem recht dass er natürlich nicht der spieler ist der dir quasi einer individuellen qualität alleine das spiel aufbaut also dass das jemand ist der dir das ganze spiel ordnet sondern der eben auf ganz ganz klare strukturen eben angewiesen ist und ich lese auch gerade im chat kevin phillips fehlt also wie gesagt ich glaube genau du hast natürlich auch mit mit händersen den lautsprecher verloren der das glaube ich auch also was heißt verloren aber dem alter geschuldet ist der jetzt da rausgefallen ich glaube der fehlt für die struktur und ordnung und da kommt halt einfach ehrlicherweise nichts nach und gary southgate konnte jetzt während des kompletten turniers wenig anfangen mit einer jungen jungen mannschaft mit jungen spielern die alle aus von weltklasse trainern kommen und ja dementsprechend die deckt den rice aus wie aussieht aktuell und zwar teilweise so als ob also der macht ja wirklich flüchtigkeitsfehler teilweise und das fand ich bitter hier schreibt gerade im chat tkr also toni groß wahrscheinlich acht es fehlt jemand mit dem fußball eq wie rodrig groß und kevin de bräune ja genau das genau darauf wollte ich hinaus ja ja den bellingham bellingham hat den schon finde ich ja aber dann muss die nach hinten packen kriegt den halt da vorne überhaupt nicht aufs tableau es ist halt auch wenn das jetzt gut geklappt hat bei madrid ich bin der meinung dass bellingham trotzdem ein ein allround spieler bleiben muss er muss der box-to-box spieler bleiben und kann je nachdem wer sein partner ist sogar den tiefen spielen das hat er in dortmund auch mal macht oder machen müssen sagen wir es mal so ich habe alles machen müssen ja da eben und weil er alles machen musste kann er auch alles und deswegen wenn dir das dann halt eben mal abgeht würde ich lieber ihn in die in die pflicht berufen als ich will jetzt mein nur auch nicht schlecht reden weil ich fand mein nur hat es heute trotz allem am bisher besten gemacht von allen engländern in allen spielen also eigentlich war das heute die beste leistung eines englischen mittelfeldspielers heute von einem wie alt ist er auch 19 oder oder sogar noch 18 19 glaube ich wer mein nur ja 19 19 ist der also ich jude bellingham hat für mich kein gutes turnier gespielt das sei mal vorweg gesagt ich würde mich also wenn england europameister wird und jude bellingham dieses jahr im ballon d'or gewinnt dann kannst du diesen award für immer abschaffen also das würde mich so dermaßen aufregen aber das ist so geil das ist so geil weil ich sage ich war ja gestern in der in der arena mit anton also mit visker barster und mit tone einem tabak und anton hat mich genau das gefragt wer gewinnt jetzt eigentlich den ballon d'or und dann habe ich zu ihm gesagt na ja wenn es halt eine ernst zu nehmende veranstaltung wäre dann führt kein weg antoni groß vorbei ehrlicherweise wobei auch da das ist schon drei jahre zu spät bei ihm und dann hat er gemeint ja okay aber dann muss es ja eigentlich bellingham werden und dann dann wusste ich aber auch nicht mehr so richtig was ich darauf antworten soll weil er hat am ende recht das wird am ende passieren weiß halt zum einen eine eine veranstaltung ist wo namen gewählt werden und nicht unbedingt leistung und das ist eine veranstaltung wo erfolge team erfolge höher gerankt werden als individuelle qualität ja und wenn du die champions league gewinnt und wenn du am ende europameister wirst ja gut dann wird das funktionieren alternativ wird es noch mal messi weil er die cop amerika gewinnt so das sind die zwei möglichkeiten jude bellingham hat ein ganz tolles freistoß tor gemacht und danach einen ganz tollen post von fabricio romano bekommen ballon d'or jude bellingham und das hat immer ein riesen gewicht ist so nervig aber gut lasst uns trotz alledem weil das gehört zu der geschichte dieses spiels mit dazu über den elfmeter sprechen und da kann ich also bin gespannt auf eure meinung ich kann vorneweg sagen für mich das ist ein klarer elfer also ich weiß gar nicht wo drüber wieder diskutieren was sagt manuel gräfer ja mal weil es felix zweier ist wahrscheinlich dass es 100 prozent kein elfmeter ist ich würde sogar felix zweier halten ich habe keine ahnung ich kann ich kann mir die tweets auch leider nicht mehr anschauen es tut mir leid ich auch nicht ich auch nicht ich fand spannend wie lang sie bei magenta tv gebraucht haben um mal irgendwas zu sagen was habt ihr was habt ihr geschaut habt ihr den normalen feed geschaut oder taktik feed ich habe bei dir geschaut normal magenta und da war einfach stille und zwar in dem moment wo dann halt die wiederholung war und ich mir dachte klarer elfmeter whatsapp auf bei uns in die gruppe rein klarer elfer und dann ist da einfach stille 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 und fuß sagt immer idrich unser experte wird sich gleich zu wort melden und er wollte aber erstmal abwarten was denn jetzt passiert weil es sah ja fast so aus als könnte es gar nicht mal zum zum via rausruf kommen also die waren ja schon mal kurz dabei vielleicht spielen wir einfach direkt weiter und als es dann aber klar war er wird jetzt rausgerufen hat er dann schon so wenn alles normal laufen würde dann ist es jetzt aber schon ein elfmeter also kommen die schiedsrichter hätten sich auch sparen können bei dieser also das ist wirklich so bodenlos aber gut es ist es ist halt eine super schwierige situation weil normalerweise heißt es doch wenn du normal abziehen kannst wenn du unbedrängt abziehen kannst und danach gefault wirst dann ist es im zweifel erstmal kein strafstoß jetzt ist es in dieser situation natürlich ein bisschen spezieller gewesen weil beim schuss er gestört wird und du halt nicht so hundertprozentig weißt kannst du als stürmer da abziehen ohne im hinterkopf zu haben okay das tut gleich weh so und der ball der schuss ist ja vorbei gegangen also ist es dann erst mal so eine 50 50 geschichte dann geht es darum okay hat zwar ja das gesehen dass es diesen kontakt gegeben hat muss eigentlich nachdem kein so fertig war und auch sich am boden gekrümmt hat und dann muss man schon sagen okay wenn du mit offener sohle da rein gehst zentral im strafraum vorm tor das ist halt dumm das ist also so leid es mir tut für dumm freeze aber das ist halt dumm das darfst du so nicht machen und dann ist es für mich auch ein strafstoß ehrlicherweise wenn man das abwägt okay die härte dieser aktion und gleichzeitig aber auch die position und dass du den stürmer finde ich schon störst weil der sieht ja dass da einer angerauscht kommt und da da kannst du nicht egal wie was für ein krasser stürmer du bist einfach unbedrängt schießen beziehungsweise das nicht im hinterkopf haben dass da gleich was passieren könnte also für mich ist es ein ganz klarer strafstoß gewesen ich habe gefragt wegen taktik feed weil manu baum und benny zander relativ schnell auch dabei waren und gesagt haben ja musst du eigentlich pfeifen musst du eigentlich so geben und das fand ich dann spannend auf der anderen seite hast du twitter da habe ich dann einen ich glaub ja es wird kein englischer fred gewesen sein aber zumindest auf englisch wo es dann hieß ja dass die niederlande hier beraubt wurde weil das nie ein elfer sein darf wo ich mir dann auch denke wie kommt die auf die sie das doch aber also fern ab jetzt von also wenn es aus harry kane sicht siehst man und du hast es gerade schön beschrieben dass er damit sicherheit auch eingreift ist für mich einfach und das ist einfach ein foul also fern ab davon ob der den schuss jetzt aufs tor bringt oder der irgendwo übers stadion dachte gut das ist im westfalen stadion ein bisschen schwer aber wenn er irgendwo auf die tribüne geht dann ist das einfach ein foul so weil der volles brett drüber hält und für mich ist dann der moment ist meine meinung nicht relevant wann er ihn trifft sondern es ist einfach faul und dementsprechend vollkommen richtig von für mich von felix zweier entschieden verstehe auch gar nicht warum heute sich so krass viel über den schießrichter aufgeregt wird also ich weiß gar nicht ob es also ja ich kann verstehen felix zweier hat viel angriffsfläche geboten über die letzten jahre da war noch nicht immer gute leistung mit dabei aber der weil das ist für mich überhaupt nicht der grund warum die niederlande heute ausgeschieden ist und zwar zu null prozent ich glaube es ist einfach das narrativ dass halt jetzt ein deutscher die engländer gepfiffen hat dann gibt es auch noch ein elfmeter und wir hatten es halt genau umgekehrt von dem her haben sich halt viele deutsche gewünscht dass er jetzt einfach den nicht gibt was aber völliger schmarrn ist was genau so ein schmarrn ist wie wir es gestern hatten dass kokorella oder rea ausgepfiffen wird also wobei da 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 sage ich gleich noch was dazu soll ich wollte ich nicht unterbrechen dann führe ich noch kurz fort benny danke dass du wenn du was nicht findest interessant okay ich dachte du wärst fertig ja ich ja ich hätte auch danach noch fortführen können ich gebe jetzt noch mal rein in den elfer ganz häufig werden solche elfmeter wo einer den abschluss hat und danach einfach stockvoll umgemäht wird halt einfach nicht gegeben und das ist der grund weil die halt oft einfach nicht gegeben werden aus welchen gründen auch immer wo ich mir denke er hat der schießt und danach wird er umgesenzt und dann ist die begründung ja der hat ja geschossen oder wie ist da die genaue regel also muss ich auch leider wieder sagen ich weiß nicht wie das auf dem papier steht ob das im schuss passieren muss nach dem schuss noch gilt für mich ist es ein faul ein ganz klares faul wenn einer zu spät kommt und dann ist auch völlig egal wo der ball hingeht und das wird aber häufig nicht gepfiffen und in dem moment wurde es gepfiffen und wenn sich danach jemand aufregt dann ja versuchte halt irgendwelche tatsachen zu vertreten aber jetzt kommst du noch zu kukorea ja genau also rein die perspektive aus dem stadion ich fand auch ich habe ja danach die reaktionen in social media gesehen und wie man sich darüber aufgeregt hat ich fand's live überhaupt nicht so wild das hatte so ein bisschen was von also die die pfiffe hatten so ein bisschen auch was von comedy weil du ihm auch angemerkt hast dass es ihm einfach egal ist und also dieser dieser hass gegenüber also so wurde es ja dann auch später in den sozialen medien gemacht so dieser hass gegenüber ihm der war überhaupt nicht da also ich glaube ich habe fünf mal angefangen zu lachen weil es einfach lustig fand und noch mal also da hat da hat im stadion keiner ihn gehasst um um uns herum hat auch keiner geschimpft und er eben beleidigt oder so ein zwei haben immer mal wieder gepfiffen aber das war es dann auch wieder also aus der nummer wurde wieder viel zu viel gemacht meiner meinung nach und ja also auch dass wir jetzt schlechte gastgeber werden aus diesem grund nein das ist das ist voll übertrieben also ich also für mich ich habe es ja auch dann nur ich habe es im fernsehen gesehen ich muss sagen erst mal respekt für diese ausdauer der pfiffe also das ist ja wirklich habe irgendwann gedacht dass die vielleicht mal so nach 15 minuten die lust daran verlieren aber die haben das konsequent durchgezogen muss aber sagen ich fand es ehrlicherweise einfach also ich fand es ein bisschen peinlich irgendwie den auszupfeifen weil was was soll der arme mann machen also der wird auf einer pk zu was gefragt und hat keinen bock sich angreifbar zu machen dafür dass da kein ever gefiffen wird kann auch nichts und dann denkst du dir so komm den pfeifen wir jetzt mal 90 minuten aus also ich verstehe aber deinen punkt machen dass du sagst ja für die meisten ist es komödie und das hat wenig mit hass gegenüber kokorea zu tun sondern die machen sich nen joke daraus ich bin mir auch ziemlich sicher dass es ihm komplett scheißegal ist ob der da ausgefiffen wird oder nicht und ja aber es ist genau manchmal neigt man ein wenig zur übertreibung glaube ich ja genau das wollte ich wollte nur noch mal diesen einblick aus dem stadion geben weil wie gesagt das war alles halb so wild ja ist auch ist auch alles easy und halb so wild fand ich auch heute die schiedsrichter leistung von felix zweier mir tut es mittlerweile teilweise ein bisschen leid für ihn dass der so krass immer durch kakao gezogen wird also wenn ich jetzt bei wenn ich jetzt bei twitter lese teilweise wie über ihn beurteilt wird und wir über seine spielleitung heute das einzige wo ich sage da lag der signifikant falsch war bei einer ecke die er die er den niederlanden nicht gegeben hat und ansonsten war das vollkommen solide also da ist son der hat nichts anbrennen lassen heute die erste halbzeit war komplett fehlerfrei dann hast du ein paar 50 50 entscheidung in der sehr ich glaube wenn wenn es auf dem spielfeld gerade auch so ultra hitzig ist es ist super schwierig diese 50 50 entscheidung immer richtig zu treffen und dementsprechend ja also weiß ich nicht wie man sich darüber aufregen kann da verstehe ich aber nicht muss ich noch mal nachfragen oder wir müssen vielleicht mal bei patrick ittrich auch nachfragen aber manuel gräfer der ist immer sehr objektiv ich hätte tatsächlich gern mal patrick ittrich hier zu all den themen die man jetzt in den letzten vier wochen hatten i don't care oder kehr schreibt dass er jetzt nach dem spiel noch mal gesagt hat es war keine klare fehlentscheidung somit hätte dann der war aber ja nicht eingreifen dürfen auf die liste ich steige da nicht mehr zeit ist halt die frage also da da gibt es ja zwei möglichkeiten also die eine habe ich ja schon schon genannt also er hat es einfach nicht gesehen dass es dann in kontakt gab kann ich mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen eben weil kein am boden lag und das andere ist halt die wahrnehmung also dass du die situation einfach anders wahrgenommen hast als als ja es das tv bild hergegeben hat das ist glaube ich das zweite war ein series mist incident wie gesagt ist es nicht das und eine klare fehlentscheidung ist es auch nicht also kann es nur das eine gewesen sein das sind ja so diese also ich finde es halt schon eine klare fehlentscheidung der der schießt der andere kommt zu spät und trifft ihn faul warum ist das denn keine klare fehlentscheidung ja weil die eingriffsschwelle also ich verstehe schon den punkt vom chat weil die eingriffsschwelle bei der uefa jetzt bei der euro schon hoch ist ja also die versuchen ja möglichst wenige vr einsätze zu haben eine andere möglichkeit ist natürlich dass er selbst in die kommunikation gegangen ist und gesagt hat habt ihr da was gesehen war das was kann ich mir auch sehr gut vorstellen weil am ende geht es ja darum die richtige entscheidung zu treffen und auch das hier wieder da sorry sind wir bei manuel gräfe der hat ja bei dem deutschland spiel den take aufgemacht dass der vr nicht eingegriffen hat weil das dann eine schlechtere bewertung für den schiedsrichter wäre bla 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 halte ich für ein ganz großes quatsch argument im viertelfinale in europameisterschaft da wird kein schiedsrichter an seine spielbewertung denken sondern vor allem daran daran dass es die richtige entscheidung sein sollte und genau also ich glaube die also das sind die zwei möglichkeiten die ich mir vorstellen kann entweder ist er so selbst in die kommunikation gegangen oder hat die situation einfach anders wahrgenommen und hat das somit sein mit seinen assistenten besprochen und dann hat der vr gemerkt so vielleicht war es doch ein bisschen anders und das finde ich ja das finde ich ja auch vollkommen okay plus was man glaube ich auch immer nicht unterschätzen darf das hat ich glaube thomas bräuch hat das bei der ard sehr gut gesagt dass bei der das bei der ecke die er nicht gibt für die niederlande da kommt ja der erste impuls vom linienrichter und es ist natürlich immer einfach sich dann an felix zweier abzuarbeiten weil der natürlich dann die entscheidung trifft aber der impuls kommt also die fungieren ja auch in gewissen situationen auch teilweise bei so 50 50 v spielen als team auf dem platz und immer nur alles ihm zuzuschreiben finde ich einfach mittlerweile total nervig und ich habe sowieso da bin ich ganz ehrlich also wenn du wenn wenn du als ehemaliger bundesliga schiedsrichter manu thiele und tobi escher blocken musst dann hast du irgendwas also bei twitter blocken muss weil dir irgendwas nicht gefällt dann hast du alles falsch gemacht und muss ich ganz ehrlich sagen bei manu grefe ist es leider teilweise gefühlt manchmal driftet in verschwörungstheorien richtung ab und das gefällt mir dann nicht mehr so richtig und community service ja würde ich sagen also sagt sagt man normalerweise bei den ganzen film nerds in anführungszeichen dass wenn du eine storyline baust dass du immer wieder sachen einbaust damit die die community die hardcore fans zufrieden sind und ich habe einfach ist mein persönliches gefühl und deshalb bin ich auch mit ihm in anführungszeichen aneinander geraten geblockt hat er mich das war nach dem frankreich gegen niederlande spiel diesem abseits falls ihr euch noch daran erinnern könnt als der torhüter was man ja glaube ich weggeblockt wurde von einem der spieler und manu grefe gemeint hat ja der sieht ihn ja erst als der ball schon im tor ist hat ihn eh nicht gehalten ist halt kein argument für abseits das andere ist das andere ist dass du als torhüter die ganze zeit merkst was um dich herum passiert der sieht den schon zehn sekunden davor so auch wenn er nicht hinschaut und ja das ist halt das habe ich dann dazu geschrieben also ja dann war ich geblockt okay aber im grunde genommen ist auch egal so wie gesagt ich glaube einfach dass er dass er auf die mehrheit geht also sprich wenn er sieht dass das die mehrheit auf twitter sagt das war auf jeden fall kein strafstoß jetzt in diesem fall hier dann würde auch darauf gehen weiß um interaktion geht und um zu zeigen dass er einer von den leuten ist so ist mein mein persönlicher eindruck wer mal sehen ob es ob es stimmt und ob er genau dann auch sagen wird nee es war kein strafstoß könnte ich mir sehr gut vorstellen ich freue mich extrem auf diese einschätzung heute noch bei twitter die dann irgendwann um vier uhr nachts lesen zu dürfen ja fernab von den schiedsrichter entscheidungen müssen wir natürlich noch mal ganz kurz zurück zu den niederlanden zu der auswechslung von memphis depai ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen dass es für die nieder dass mir eigentlich gedacht habe dass es nicht böse gegenüber memphis depai dem wünsche ich natürlich eine gute besserung und hoffe dass es nichts schlimmes ist aber dem spiel hätte es eigen also es hätte dem spiel ganz gut tun können dass da ein anderer spieler typ eben noch mal auf die auf dem platz kommt ronald komann entscheidet sich dafür vermann ein zu wechseln und danach verfällt das spiel der niederlande in ein komplettes mittelfeld beziehungsweise abwehrpressing und england kann aufbauen wie sie wollen manu konntest du die entscheidung diesen wechseln nachvollziehen boah also ich glaube dass da gibt es ja so zwei sichtweisen die eine sichtweise ist dass es zu früh für einen klassischen stoßstürmer ist also dass er gesagt hat erste halbzeit will ich noch nicht mit weh aus gehen glaube das ist noch mal punkt gewesen und dann willst du halt mit malen jemanden haben der geschwindigkeit hat ja auch schnell umschalten kann ich glaube das war so einer der gedankengänge und der andere ist kontrolle im zentrum ja du hast ja dann drei sechser quasi auf dem platz gehabt und ich finde ich fand schon dass du in der ersten halbzeit gesehen hast wenn england mal hoch gepresst hat da gab es so eine szene das war nach vier minuten pi mal darum glaube ich also sprich als also noch auf dem feld war da hattest du eine drei gegen zwei überzahl der niederlande im zentrum das heißt england hat gepresst aber die niederlande konnte sich ganz easy raus kombinieren und so ist dann auch eine gefährliche chance entstanden und ich glaube das hat er gesehen und hat sich gedacht okay wenn ich dann noch mehr kontrolle im zentrum habe nochmal jemanden der genau diese rolle übernehmen kann dann kann das auch funktionieren ja verstehe ich auf jeden fall den gedankengang ich glaube das große problem ist dass du die aufgrund der eigenen staffelung der niederlande hast du england überhaupt erst in diese situation reinkommen lassen also sie ich finde wir müssen bei den niederlanden über eine generelle identität sprechen die sie einfach nicht haben also ich werde ich werde bei diesem turnier nicht schlau sind sie eine umschaltmannschaft sind sie eine ballbesitzmannschaft die sind irgendwie irgendwas dazwischen aber nichts halbes und nichts ganzes und finde das große problem ist einfach dass die niederlande so tief auch mit ihren außenverteidigern stand und teilweise auch mit den flügelspielern die wenig bis gar nichts gemacht haben ich merke schon an die tafel an die tafel ja das ist doch wir müssen sehen weil ich also ich bring da einen anderen flügel also ich bringe entweder frimpon oder ich bringe bin ich nicht ganz bei dir manu du kannst weghorst auch schon in der ersten minute bringen wir hatten es gestern abend aber das ist ja das ist ja nicht meine ist ja nicht meine sichtweise was ist denn deine sichtweise ich habe ja nur versucht zu erklären was sich der trainer möglicherweise gedacht haben könnte das ist fair ja ja das ist richtig nee es stimmt und ich gehe dann auch mit mit weghorst ab minute eins eben sage ich mal und dann in dem moment 35 oder was es war dann dann bringst du ihn halt vorne rein also dadurch hat er seiner eigenen mannschaft das spiel eigentlich von der dreißigsten bis zur fünfundsechzigsten mal komplett genommen also da war ja gar nichts wenn ihr wenn ihr das basteln an wir können uns freuen ja ja weiß ich ob ihr euch darüber freut aber ich mich immer ich freue mich darauf i do my best 3 5 2 gibt sogar perfekt das große problem ist ja prinzipiell ich du hast ja mit memphis depay und ich glaube manu das war ja auch zumindest mit dem ball eine klare idee dass der ja gar nicht so diese zielspieler rolle hat während des turniers sondern primär ok manu verabschiedet sich gerade kurz macht nichts ja dann erzähle ich euch ja alles gut was joke manu hat ja gerade schon mal erklärt dass memphis depay im ballbesitz vor allen dingen er sich wie so eine art achter verhalten hat und deswegen sie gar keine tiefe mehr drin hatten also xavi und don jaman was standen ja beide ultra breit mal ganz kurz benny du bist gefreest aber das muss glaube ich an discord liegen also ich sehe euch alle wunderbar tatsächlich wir sehen dich auch aber du hast immer noch die hand auf weghorst echt jetzt also auf discord ist er jetzt wieder bei mir ganz normal jetzt bist du wieder da jetzt okay perfekt das große problem ist was die engländer gut gemacht haben finde ich und das ist dann einfach clever von southgate dass er gegen die viererkette gesagt hat dass er seine beiden flügelverteidiger aus der dreierkette extrem hoch schiebt damit bindest du quasi immer schon mal die außenverteidiger du hast mit mein nur jemanden der sehr hoch stand du hast mit harry kane jemanden der sehr hoch stand jude bellingham der auch eher halb links gespielt hat und dann hast du hier sehr sehr viel personal eben in der also zwischen den linien zwischen der letzten linie und zwischen dem eigenen mittelfeld und da hat die niederlande immer wieder probleme mit einläufern gehabt ich glaube das war prinzipiell er die idee von ronald komann weniger den eigenen ballbesitz zu verteidigen sondern gegen diesen einen tiefen lauf die immer einfach ein spieler mehr zu haben dass du hier quasi aus so einem 4 4 2 4 5 1 je nachdem ob dann hier mal mitgemacht hat oder nicht dass du immer in so eine 1 1 absicherung kommst und die tiefenläufe quasi unterbindest dabei ist ja aber natürlich dass also komplett das spiel mit dem ball abhanden gekommen weil du hättest eigentlich gegen england zumindest die flügelverteidiger und da sind sie angreifbar mit bukai yusaka zumindest im eigenen besitz sehr sehr hoch binden müssen und da finde ich musst du heute über frimpong sprechen der eigentlich prädestiniert für die rolle ist da musst du auch dann darüber sprechen dass xavi noch mehr in den halbräumen spielen kann weil der ist mir im ballbesitz hat er mir viel zu viel in der breite rum geturnt dann fehlt dir natürlich vorne drin und ich glaube das wäre die ideale rolle für joshua xirx hier gewesen den spieler der mal bälle festmachen kann und der sich vor allen dingen immer wieder mal hier in diesen sechser raum löst dass du irgendwie mal über die halbräume tiefer rein bekommst weil die ist ja komplett abhanden gekommen und da musst du halt einfach über deine außenverteidiger nachschieben das problem ist halt wenn deine außenverteidiger ak und dümpfries heißen dann wird es halt schwierig da überhaupt nachzuschieben und deswegen dümpfries schon benny aber ich sehe lieber frimpong an der stelle und ich gebe dir komplett recht ich sehe lieber zöchse dann noch als weghorst weil der eben ich würde jetzt nicht sechser raum nennen aber in den 10er sagen wir mal 10er ja plus was ich nicht verstehe ich weiß nicht wie ihr es gesehen habt oder was eure wahrnehmung war während du spielst aber sie haben immer an so einem ganz komischen entweder 4 1 oder 3 1 aufgebaut und ich verstehe nicht warum du gegen eine fünfer kette also mit einer fünfer kette gegen die vierer kette anlaufen ist prinzipiell super schwer weil du mit der letzten linie entweder komplett durchschieben muss also wenn du hier beispielsweise in 4 2 aufbaust dann müssen ja erstmal schon mal die die beiden stürmer gehen auf die innenverteidiger und die flügel verteidiger haben ultra weite wege und dann verteidigt die kette normalerweise super hoch aber die aufbaustruktur dadurch dass sie nur ein sechser haben konnten die so easy mann gegen mann verteidigen england und dieser ganze plan von komann der war so komisch und dann hast du rein das in so einer rolle gehabt wo ich gedacht habe den brauchst du doch mal ein bisschen tiefer damit er mit dynamiken linie durchbrechen kann aber das ist ja alles das heißt ja doch so deshalb heißt doch komann deshalb hat er ja komische ideen ja es ist so ja es ist voll frustrierend ne und das jetzt als kurzen exkurs weil ich finde ich glaube halt dass für die auch echt aufgrund des der spieler qualität die sie haben hätten die england heute eigentlich schlagen müssen und ich glaube dass wir irgendwie auf diese diese mannschaft der niederlande zurückblicken werden und uns fragen werden wie konntest du in ein paar jahren wie konntest du da so gar nichts rausholen aus dem spiel ja aber es haben halt mannschaften mit trainern finals rausgeholt die haben wir hier ein den einen ein jahr lang und den anderen ein turnier lang dermaßen durch den kakao gezogen aber tercic hat es geschafft ins finale zu kommen und southgate hat es auch geschafft ins finale zu kommen was uns sagt manchmal reicht es halt auch wenn die spieler des heft des handelns einfach selbst aber das machen sie ja bei den das machen sie aber bei den niederlanden nicht dass das große problem habt ihr das gefühl die sind auch nicht ins finale gekommen weil die in niederländern selbst halbfinale aber die haben ja nicht diese spieler typen die jetzt eben guck mal wir reden von rinders scouten simmons kackbo malen das sind doch alle keine wenn dann müsste das noch van deyck ansagen aber van deyck ist glaube ich jetzt auch nicht das sprachrohr schlechthin um die acht mann vor sich zu bestimmen der der sagt der tut eher mal ein schreier wenn die intensität nicht passt aber da gibt auch keinen plan vor oder das ist spannend weil du hast ja mit frankie der jung eigentlich jemanden der genau das könnte jetzt ist da die frage er ist verletzt er kann nicht mitfahren und da nehme ich jetzt mal österreich als beispiel die haben mit david alaba genau diesen lautsprecher gehabt der auch verletzt ist und trotzdem mitgekommen ist ich weiß nicht ich kann das nur mitgekommen der steht an der seitenlinie ja natürlich der steht an der seitenlinie der ist auch also ich erinnere mich da ich war ja beim achtelfinale in leipzig und dann steht damit baumi vor der fankurve nach dem spiel hat den im arm tröstet ihn während baumi halt weint dass das war ein krasses bild ja und das hat auch gezeigt die wichtigkeit den er im team hat worauf ich hinaus will ist eigentlich die haben eine doku gehabt die österreicher wo sie auch noch mal die rolle von alaba so ein bisschen erklärt haben und wo du im umgang gesehen hast wie wichtig der ist das die sind die komplette em quali mitgereist und haben dort ganz viele schöne geschichten gezeigt und genau das fehlt mir bei der niederlande wenn du dann frankie der jong hast der genau dieser für sprecher ist der genau diese rolle eigentlich übernehmen kann und der ist ja noch mit dabei der ist ja wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche im erweiterten kader gewesen dann frage ich mich okay der kann nicht spielen warum nimmst du den denn nicht trotzdem mit wieso kannst du den denn nicht einfach als keine ahnung als staff mitglied mit dabei haben den so melden oder du hast 26 spieler das reicht ja trotzdem dann kannst du den ja als kaderspieler noch reinsetzen und dann keine ahnung jemanden rauslassen den du nicht zwingend brauchst finde ich jetzt auch nicht ganz so wild aber dass du ihn dass du nicht die notwendigkeit siehst auf jemanden wie ihn zu setzen und sagst okay fahr zu bars da bereite ich vor oder such dir dort einen neuen verein nutzt die zeit anders es ist eine europameisterschaft das ist wahnsinn das verstehe ich nicht und das wird wahrscheinlich einen ganz elementaren anteil auch daran haben dass sie so aussehen im ballbesitz wie sie halt aussehen ja und das spricht halt leider nicht für eine qualität des trainers weil du hast also ich finde generell bei der bei den niederländern ist es so dass sie super viele spieler haben die den ball gerne in fuß wollen und ihn dann tragen und du hast sehr sehr wenig offball movement bei denen also die stehen im raum und wollen den ball in fuß anstatt einen raum mal aufzuziehen also der einzige der das gemacht hat wakschawi und der rest hat den ball immer nur getragen ich finde wir müssen klar manu dass du auf jeden fall recht über über die kaderstruktur auch sprechen weil ehrlicherweise fand ich hat virgil van dijk einfach kein gutes turnier gespielt hat ist der thomas bräuch vorhin interessanterweise gesagt hat die meisten v-spiele oder die meisten v-spiele begangen bei der em was ja eigentlich sehr sehr untypisch ist für virgil van dijk und was seit den niederlanden komplett fand ich abhanden gekommen ist ist in allen phasen die intensität also ich weiß nicht ich kann mich an ganz wenig momente erinnern bei dem turnier wo die wirklich mal intensiv fußball gespielt haben in allen phasen haben sie haben sie tatsächlich nicht aber leader fehlt oder taktgeber fehlt und die frage ist halt und ich finde das macht hat julian 7p grad schön auf den punkt gebracht alaba ist halt auch der typ dazu und frengi de jong wird halt gerade irgendwo mit seiner freundin wahrscheinlich in am strand liegen oder auf einer jacht ja der kriegt gerade taktik instruktion von hansi flick 100 prozent sind schon in der preseason naja wo waren wir denn chronologisch eigentlich in dem spiel sind wir immer noch beim wir sind doch immer noch beim elfmeter oder wir waren schon bei der auswechslung von memphis depa sind schon in der 10 minute tatsächlich angekommen ja weil das ehrlicherweise ist es ja so bei diesem spiel dass nach dem eins zu eins einfach nichts passiert also bis also generell die zweite halbzeit war ja zumindest gar nichts also von beiden ich wusste wirklich nicht von der 45 bis zur 60 minute machen ich weiß nicht was du dir aufgeschrieben hast in der zeit aber ich kann mich an kein highlight erinnern fast ich habe mir eine sache aufgeschrieben 52 minute aber auch nur england also wenn wir über die niederlande sprechen ist das auch wieder total verschenkt ich fand die rolle von vorden ganz interessant wie er in den halbräumen sich bewegt hat also sprich du hast über rechts angegriffen dann ist er so ein bisschen mit rechts mit nach rechts gegangen um halt drei spieler zu haben dann haben sie dieses ich habe es schon mal kurz angesprochen u gehabt dann sind sie auf die linke seite gegangen und dann ist vorden auch wieder mit auf die linke seite in den halbraum gezogen wir haben ja glaube ich auch in einem der talks wo ihr hier bei mir im studio war darüber gesprochen dass vorden nur auf außen ist es komisch wirkt dass man das problem hat dass man ihn nicht so richtig binden kann beziehungsweise ihn integriert ins spiel und ich fand es heute eigentlich ganz okay ich fand das eigentlich sehr sehr schön dass er immer wieder einen ball hatte ich meine hat er dadurch dann auch diese beiden weitschüsse gehabt was ja seine große stärke ist also er konnte zentraler agieren er konnte ein bisschen freier agieren hatte ich das Gefühl und das ist so zumindest in der phase wo wenig passiert ist noch das gewesen was mir am häufigsten aufgefallen ist die die einsicht von gary southgate also besser spät als nie was die einsicht angeht die hätte im best case schon vor dem turnier kommen können dass phil foden gar nicht so eine schlechte saison im rechten halbraum oder generell in den halbräumen gespielt hat vor allem im rechten aber das stimmt auf jeden fall also ich finde england war immer dann gefährlich wenn sie im halbraum aufdrehen konnten also die niederlande hat dann auch nicht wirklich den ball druck drauf bekommen oder den druck auf den mann zumindest ausüben können ich finde aber dadurch dass die engländer das sehr fluid einfach besetzt haben sind die natürlich auch super schwer zu greifen und vor allen dingen phil foden hat dann enorme qualität wenn er sich mit dem ersten kontakt finde ich aufdrehen kann das ist ich glaube auch der schuss von ihm dagegen die latte geht ist so ein ding wo er mit rechts einmal aufdreht super super körperstellung hat offene offene stellung zum spiel direkt abschließen kann das können die halt gut nur es wurde halt viel zu selten eingesetzt ehrlicherweise während des turniers weil das das hättest du alles schon vorher haben können und breaking news gut dass ihr mich verstanden habt ja dann zwei sätze für euch weiß es ist schwer aber in zwei sätzen noch mal in zwei sätzen noch mal wie wer hat es denn geschrieben ich glaube noch hat es geschrieben wie pho den funktioniert im rechten halbraum und wir waren bei dir unten eben gesessen und haben genau darüber gesprochen wie kannst du einen pho den an die linke linie kleben und ich denke nicht dass es von southgate kam sondern ich glaube dass der spieler des selbst entschieden hat ich mache heute mal was anderes und ja haben wir haben flutet die seite im endeffekt halt und bringt dadurch mal ein bisschen unruhe rein ins spiel beziehungsweise bringen mich auch selbst besser in szene durch den wackler den du gerade angesprochen hast und dann den den abschluss und von meiner seite aus ich glaube das ging aus der aus der mannschaft heraus ich weigere mich nach wie vor southgate weil du du ich glaube du musst es auch sagen benny komanns plan southgates plan ich glaube auf dem level und mit solchen spieler typen und vor allem auch persönlichkeiten wird ganz viel auch auf dem platz einfach mal entschieden was was abgeht und ich glaube england hat das selbst entschieden und wenn sie es gestern an der tischtennisplatte vielleicht miteinander entschieden haben dass sie das heute mal anders machen beim rundgang ja aber ich fand also wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen ich finde die grundsätzliche statik die kannst du nicht nur den spielern zu schreiben also ich fand england in einer ersten halbzeit wirklich gut also das spieler dann in dieser also wenn du es jetzt so an die taktik tafel ran pinnst dass die da in ihrem 316 mehr oder weniger stehen und du dann sagst pass auf ihr könnt fluide in den positionen rotieren das ist ja ganz normal also dass du den spielern die freiheiten gibst aber ich glaube erstmal grundsätzlich die idee zu haben die ja dann ehrlicherweise zu spät kam dass du es so spielst würde ich schon gary southgate tatsächlich zu ordnen sind wir uns nicht ahn wir wissen es nicht also das ist ja eine mutmaßung ja ich habe vorhin halt noch noch nichts gehört was man irgendwie richtung taktik geht aber ich auch nicht aber doch ich habe heute was gesehen in der ersten halbzeit und das musst du nicht vom trainer kommen benny das kann ja auch von wer sitzt denn alles auf der bank der vielleicht auch bei der ein oder anderen mannschaft was mal mitspricht und wenn es ein trend alexander arnold ist ja dass der viel verschissen hat gary southgate während des turniers ist ja fair aber trotz alledem haben die sich halt sukzessive gesteigert also ich kann mir nicht vorstellen dass ja was passierten wenn eine truppe über einen längeren zeitraum zusammenwächst doch die die sehen jeden tag miteinander fußballspieler die quatschen über fußball und wenn sie beim tischtennis rund laufen dann quatschen sie auch über fußball und was sie morgen anders machen könnten und wenn dann vier leute sagen im morgen machen wir mal was anderes und fluten mal eine seite und du phil mach doch einfach mal was du denkst dann sagt der phil von 100 prozent davon bin ich komplett überzeugt dass eine mannschaft bei so einer em sich da auch selbst steuert dann hätte das wäre viel also bin ich gespannt auf manus meinung gleich aber ich sage dir ganz ehrlich dass wenn wenn das wenn das so passiert ist dann wäre das schon am zweiten spieltag passiert zu einem millionen prozent ja da haben sie sich noch nicht getraut du musst dir mal england überlegen england hat jetzt die die mannschaft hat jetzt drei wochen lang auf dem arsch bekommen von der nation die laufen nach dem gruppenspiel weiterkommen laufen die fans durch die deutsche hauptstadt und singen we are shit was denkst du dir da als spieler i'm not shit train it the trainer is shit ich bin dabei don jupp 87 der gerade schreibt klingt wie eine revolte der delphine gruppe im kindergarten und ich glaube nicht dass sowas bei einem turnier passiert seit niemals ich bin da ja 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 habe ich ja schon anders miterlebt beziehungsweise habe ich andere geschichten von 2 21 gehört nicht aus england sondern aus einer anderen nation mit einem roten wunderschönen trikot die dann im achtelfinale gegen den europameister ausgeschieden sind ähm da ist das genau so passiert also da deutschland ja also da kann man wirklich sagen genau also genügend fallbeispiele das das ist schon so also das kann schon sein ich glaube einfach also als ihr jetzt so diskutiert habt ist mir dieses diese diese pressekonferenz von judt bellingham was war es von einer woche in den kopf gekommen nach dem slowenien spiel wo er dann gemeint hat so ja wir haben jetzt von allen schon ganz schön auf die mütze bekommen so und jetzt seht ihr mal was wir hier doch machen können ich meine das war kein gutes spiel aber da hast du zumindest mal gemerkt dass sie diese reaktion mitbekommen dass sie nicht abgeschottet sind dass sie dass sie nicht keine ahnung die handys auf die seite legen und sagen okay wir wollen jetzt einfach meinen monat uns nur fußball konzentrieren sondern dass sie schon realisieren dass sie gerade nicht everybody's darling sind sondern dass sie schon unter beschuss sind und dass sie eigentlich jetzt abliefern müssen und wenn dann wenig vom trainer kommt und es ist ja so dass southgate eher derjenige ist der für die stimmung zuständig ist der für das teamgefühl zuständig ist gibt der wunderschöne geschichten auch wir diesen wert der nationalmannschaft wieder erhöht hat ja wie es geschafft hat dass die leute bock darauf haben zur nationalmannschaft zu kommen und dass es eine ehre ist und nicht nur eine pflicht sondern das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen und ich glaube dass sie dann gesagt haben okay wir haben bock hier in der nationalmannschaft zu sein wir haben auch bock zu kicken weil das sind ja alles richtig gute fußballer auch offensive fußballer das hatte ich ja auch in unserem talk damals als sie hier war gesagt dass die in der premier league oder generell im club fußball vor einem turnier noch nie so eine gute treffer und assistquote hatten wie jetzt ja also das ist die beste englische offensive ever und dass die dann irgendwann sagen okay let's go wir machen einfach mal und schauen was passiert weil dieses fluide system brauchst du mir nicht erzählen dass ein defensiv trainer wie es auch geht in einem halbfinale denkt so heute ist der moment wo ihr einfach machen könnt was ihr wollt dankeschön dankeschön ich glaube ich glaube tatsächlich dass wir eigentlich im im kern das gleiche meinen weil ich sage dass der trott also der gibt eine struktur vor in einem dreieinsteig bitte was patrick 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 ja wer dreht sich hier gerade windchen äh das fähnchen egal äh wir haben schon die null uhr überschritten aber ist nicht alles gut ähm der gibt eine struktur vor und dass die spieler da drin bewegen können frei bewegen können ist für mich ganz normal also das ist jetzt aber das war ja die ersten spiele nicht so oder ja ja klar und ich glaube auch dass da mit sicherheit dass die sich irgendwann mal in ihrem äh in ihrem häuschen zusammengesetzt haben und sich gedacht haben was für eine scheiße spielen wir auf dem platz aber du ich glaube nicht dass die gesagt haben ja jetzt schmeißen wir einen trainer hier raus in der taktik besprechung nein es geht nicht darum den trainer raus zu schmeißen es geht darum vom trainer kommt nichts außer bleibt hinten sichert die null zur notwendigen selfmeterschießen und dann kommen die spieler und quatschen mal wenn der trainer nicht da ist an der tischtennisplatte und sagen wir meinen doch das gleiche ey lass mal morgen irgendwas anders machen dass nicht wieder eine ganze insel singt we are shit aber glaubst du dass ich will foden da eine besprechung rein stellt und sagt so wieso also das ist ja aber es geht nicht um eine besprechung benny es geht aber auch da drum wenn es geht doch auch vor allen dingen da drum wenn ein das funktioniert doch auf dem platz gar nicht wenn ein spieler dann sagt ja ich mach mal was ich will das geht das funktioniert nicht nicht ein spieler ein tisch und zwar reden wir hier von der offensiv reihe an diesem und dann hat bukayo saka hat dann gesagt ich habe jetzt heute mal bock auf wingback und karen tripp hier also nein die das system ist ja vorgegeben das ist klar das meinte das sag ich doch die ganze zeit das sag ich doch aber in dem system ist nicht implementiert dass foden freigeist ist und die seite flutet obwohl er links spielt trotzdem dann rüber geht er nicht links spielt obwohl er dann trotzdem auf der seite spielt mit rüber zieht das ist dann was dann drei vier spieler sagen macht es mal heute um das zusammenzufassen ich glaube worauf wir hinaus wollen ist dass southgate immer noch die defensive struktur vorgibt und dann in der offensive die jungs machen was sie wollen ja real madrid genau ja ist ja auch fair das habe ich ja froh ok england hat es geschafft ja england hat es geschafft wir müssten noch ganz kurz über das tor von von ollie watkins sprechen weil das war wirklich weltklasse also das war wirklich weltklasse oder also der erste kontakt der war ja ich habe gedacht der schießt jetzt im leben nicht drauf aus dem winkel kann der torwart den halten also von drei wiederholungen siehst du in einer dass er abgefälscht war mit der hacke und ich glaube dass er nur deshalb auch so platziert in die tasche hinten rein fällt aber das hat man nur in einer wiederholung sehen und deswegen also schon auch wieder eine gehörige portion glück dazu ja schwierig schwierig weil du darfst nicht vergessen da war der fri noch glaube ich mit dabei und der geht ihm dann durch die beine und wenn du halt aus fünf oder sechs metern schießt und du hast noch einen verteidiger davor da kannst du halt wirklich super spät reagieren und dann dann wird es tatsächlich schon schwer also fehler hätte ich jetzt auch also war provokante frage natürlich den fehler hätte ich jetzt auch auf den verteidiger geschoben weil ich finde da musst du also du musst irgendwie zwischen tor und gegenspieler kommen weil die lange ecke ist ja schon für einen moment sehr weit auf und ja watkins macht es gut aber das ist halt dann auch im endeffekt eine unkonzentriertheit des verteidigers die sie am ende dann zumindest die verlängerung kostet obwohl ich auch in dem spiel keine fantasie gehabt also mehr gehabt habe wie niederlande dann tor schießen soll aber es ist natürlich umso bitterer dass du dann halt so spät das gegentor bekommst durch einen schuss der so niemals auf dein tor gehen darf und trotz alledem kann man sagen dass was ollie watkins da macht ist natürlich trotzdem weltklasse also es gibt so ein paar aktionen von ihm bei bei ersten villa wo er das in der saison schon ein paar mal gemacht hat ist schon ist schon unangenehm ja und ich also deswegen glaube ich sind wir uns alle einig alleine auf das heutige spiel runtergebrochen das vielleicht mal so ein bisschen zum abschluss zu bringen ist die niederlande heute verdient rausgeflogen ja ja und jetzt steht england tatsächlich im finale ich hätte viel dagegen gewettet es ist aber passiert was machen wir jetzt manu wann ist das finale du bist wahrscheinlich da am sonntag seit 100 jahren da weißt du mehr hat sich so ja ich ja leute oder seit 80 jahren bei sowas bin ich immer schlecht nein aber ich finde das ich finde das total spannend wenn du dir auf der einen seite spanien ansiehst und auf der anderen seite england das sind halt genau diese zwei philosophien die du während der europameisterschaft gesehen hast du hast den spielerischen ansatz mit wunderschönem fußball wo ein ganz klarer plan herrscht wie du mit dem ball nach vorne kommen möchtest und wie du tore schießt und auf der anderen seite hast du mit england ein team das defensiv steht die das spiel vor allem mal zerstören wollen die ein 1-0 schießen sich dann erstmal hinten rein stellen und keine lust mehr haben aufs zweite tor zu gehen das war ja so die vorrunde und die mit mehr glück als verstand tatsächlich jetzt in dieses finale gekommen sind wenn du dir überlegst im achtelfinale schießt du in der 95 minute das tor jetzt schießt du in der 90. das tor und also du du trickst dich du gurkst dich da ins finale so und man kann ja über diese philosophien sprechen und ich glaube in vielen redaktionen ist darüber diskutiert worden wie schaffst du es bei einer europameisterschaft oder generell bei einem turnier weit zu kommen und europameister zu werden und jetzt kannst du sagen eigentlich mit beiden arten von fußball klar fair kannst du auf jeden fall also ich glaube dass das große thema oder der elefant der im raum steht ist natürlich immer und da haben wir ja auch also wenn ich das angucken nochmal angucken möchte wenn man bei manu schon länger mal drüber diskutiert ist halt dieser turnierbaum und wie er zustande kommt weil ohne diesen turnierbaum steht england nicht im finale ohne diesen vorgefertigten turnierbaum was heißt vorgefertigt was wäre denn gewesen wenn england den anderen platz in der gruppe bekommen hätte ja dann wären sie auf der anderen seite vom turnierbaum gelandet ja dann ist er ja nicht vorgefertigt sondern dann ist es ja doch doch irgendwo wieder zufall weil du du hast ja schon immer eigentlich den den ansatz erster in deiner gruppe zu werden du spielst ja nicht das glaube ich bei diesem turnier gar nicht mal so unbedingt dass jeder den an also glaube ich nicht meinst du deswegen haben sie mit absicht shit gespielt im letzten gruppen nein aber also du weißt ja vorher schon welche gruppen gegeneinander spielen und du kannst dann ja nach dem also aller spätestens nach dem zweiten spiel ablesen in welche richtung das gehen könnte ja aber das sage ich ja und dann musst du ja im dritten spiel manipulieren und da wurde ja also da haben sie ja unentschieden gespielt gegen albanien oder was war es das letzte gruppe spiel war unentschieden glaube ich das letzte war gegen slowenien und dann war das genau ok und dadurch sind sie ja dann äh mit fünf punkten tabellenerster geworden glaubt ihr die haben dann gesagt wir achso sie sind tabellenerster sogar gewesen ja 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 und als tabellenerster dann auf dem auf der schwachen baumseite gewesen ja genau ok das heißt aber dann hat halt irgendeine andere große nation quasi nur genau das ist der Punkt und ist deswegen nicht auf den auf die andere seite gekommen genau also die kritik ist glaube ich weniger dass england jetzt gruppensieger geworden ist und dadurch auf einen schwachen turnierbaum gelandet ist sondern die kritik ist einfach dass um sie herum einfach so viel passiert ist was ihnen in die karten gespielt hat wenn du dir wenn du dir überlegst dass du jetzt mit der niederlande den drittplatzierten der todesgruppe d hattest so im halbfinale das ist halt ja so wenn du dir überlegst dass du die slowakei hattest jetzt muss ich noch mal mir selber die gruppen aufmachen weil ich es nicht mir so ganz im kopf habe wo die gelandet sind aber die müssen ja gruppen zweiter geworden sein wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche türken ja die waren auf gar keinen fall erster türkei war auch zweiter ja genau genau also die slowakei gegen die haben sie doch gespielt oder die sind dritter geworden ja schau aber das ist ja das ist ja noch verrückter also wenn du dann sagst du bist gegen den im achtelfinale gegen den gruppen dritten im viertelfinale gegen den gruppen zweiten und im halbfinale noch mal gegen den gruppen dritten weitergekommen ja dann weißt du bescheid das ist halt schon rein vom turnierbaum das ist so deutschland wm 2002 ja ja stimmt südkorea und usa und deswegen würde ich gerne an euch beide noch mal eine anschlussfrage stellen weil ich finde die zielt auch ein bisschen dann darauf ab wie ihr die em und da müssen wir jetzt gar nicht ins detail gehen spielerisch fandet weil das feedback was ich ganz ganz viel jetzt auch gerade bei twitter bekomme ist dass sie das viele zuschauer die em spielerisch nicht so geil fanden ja aber das hatten wir ja also das hatte ich ja aufgeschlüsselt in unserem letzten talk und habe es ja auch auf den turnierbaum gezogen beziehungsweise die generell in der europameisterschaft mit 24 teams der punkt ist einfach dass du nicht mehr fürs siegen belohnt wirst sondern du wirst fürs nicht verlieren belohnt ja und wenn du diesen risikoarmen fußball ich fand das also der dritte gruppenspieltag ich habe irgendwann abgeschaltet und habe mir zwei tage kein fußball mehr angeschaut weil das so schrecklich war nein das war wirklich schlimm 0 0 1 1 so was was soll man sich denn da anschauen leute also dann fangen wir halt in der ko phase nochmal von neuem an genau das ist der punkt es war ein absolutes taktieren wer auf platz 1 wer auf platz 2 und wer irgendwie noch auf platz 3 kommt es war eine einzige katastrophe und deshalb meiner meinung nach musst du da dringend was ändern du musst guten fußball belohnen du musst mutigen fußball belohnen und du musst dafür sorgen dass alle teams immer gewinnen wollen und das schaffst du mit diesem modus einfach nicht also wer es sich nochmal ein bisschen detaillierter anhören möchte nochmal der verweis an unseren letzten stream da haben wir da ein bisschen länger drüber diskutiert und das ganze nochmal ein bisschen mehr zerlegt aber Manu ich bin vollkommen bei dir ich fand es über einfach zu viele strecken des turniers einfach saunervig sich den fußball anzugucken und finde es halt voll darüber hinaus super nervig dass dieses narrativ von defensiv also dass defensiver fußball mehr belohnt wird dass das so krass bespielt wurde bei dieser em weil das eigentlich nicht stimmt weil das ist nicht risikoärmer das wird nicht mehr belohnt wird nur belohnt bei diesem turnier weil das weil diese bäume so komisch sind weil du mit diesem fußball eben die chance hast dann irgendwie gegen den dritten von was weiß ich wo zu spielen und dann schwitzt du lieber auf einen elfmeterschießen gegen wie auch england hat zwei elfmeterschießen glaube ich ne oder eins wie oft haben sie elfmeterschießen gehabt zwei ne na doch zwei haben sie achte finale und viertelfinale beides achte finale haben sie in der 95. gewonnen portugal war das eine portugal war das eine 1 95 war doch der fallückzieher ja genau okay dann hatten sie eins aber irgendwie naja wie dem auch sei lange rede kurzer sinn guter fußball lohnt sich eigentlich mehr den zu spielen nur einfach aufgrund des turniermodus den wir da hatten eben nicht das ist total bitter jetzt muss ich euch beide aber natürlich noch fragen was machen wir denn am sonntag mit dem spiel also was was erwartet ihr ähm manu du hast ja schon mal gesagt zwei grundverschiedene ideen von wie man ins finale kommen kann wenn ihr jetzt ein power ranking nehmt wer ist bei euch auf eins äh manu fang gerne an ja spanien ganz klar also ich glaube schon dass spanien gezeigt hat dass sie jeden zerlegen können und ähm es wurde ja frankreich und england so in einen topf geworfen ne so defensives spielweise und so weiter fand ich jetzt ehrlicherweise nicht also ich fand schon dass da grundzüge deutlich verschieden sind weil frankreich schon nach vorne spielen kann england halt nicht und dass auch frankreich deutlich stabiler defensiv stand und ähm nicht ganz so in diesen risikoverwaltungsmodus gegangen ist wie jetzt beispielsweise england über weite teile des turniers weil england ist ja wirklich so gewesen dass du schon so risikoarm gespielt hast dass es fast wieder riskant wurde und ähm das hast du ja insbesondere in den ersten spielen gesehen ähm deshalb glaube ich schon dass es spanien schaffen wird da leichter durchzukommen weil ich fand jetzt nicht also ich fand die defensivleistung von england jetzt in keinem spiel außergewöhnlich gut sie wurde nie gefordert ne ich fand sie wurde nie richtig gefordert ja genau nie gefordert aber wenn sie mal gefordert wurde ähm ich erinnere nochmal an die anfangsphase jetzt im niederlandespiel sehr löchrig gewesen wenn sie mal ins angriffspressen gegangen sind ich glaube nicht dass sie das machen werden gegen spanien ehrlicherweise ähm das wird das wird ein richtig übles mauern hinten raus ähm ich glaube spanien kann jeden zerlegen ich glaube spanien wird sich das ganz genau angesehen haben und wird sich ähm überlegt haben okay wie können wir mit dani olmo dann die letzte kette mit hinein und dann ab geht's so ich glaube das wird das wird sehr deutlich für spanien vielleicht am ende sogar ausgehen krass was denkst du flo ich glaube nicht dass es deutlich ausgeht ähm ich wollte nur noch kurz hier ruinis äh kurz zustimmen mein nur hohen 80er kann er werden ja äh pockbar vibes ich denke dass spanien gewinnen wird jetzt ist da natürlich äh auch der wunsch mutter des gedankens weil ich mir das einfach nicht vorstellen möchte wenngleich ich eine meiner besten freunde der jetzt in england oder nach england ausgewandert ist äh äh englische frau auch hat englische familie komplett ähm die sind gerade alle hyped und wünschen sich das und auf der anderen seite hätte es england auch mal wieder verdient über irgendwas zu jubeln mit den spielern ne mit dem fußball aber halt ne muss ja fertig reden aber halt nicht nach diesem turnier das tut mir einfach leid und deswegen ist der wunsch ganz klar spanien ich glaube aber dass das ein richtig enges höschen wird und am ende wahrscheinlich sogar dann im elfmeter schießen und pickford wahrscheinlich fünfmal dran ist und in oliver kahn manier ihn eben nicht halten wird sondern trotzdem wenn er reingeht es wäre ein bisschen arg eine kleine sache ich bin ja also sollte ich ins stadion kommen werden wir sehen aber ähm ich bin ja dann auch so ein kleines so ein kleiner glücksbringer für england denn sollte england europameister werden habe ich beide großen triumphe in der verbandsgeschichte zumindest in der neuzeit 1996 äh 1966 werden wir jetzt einfach mal ausblenden über das ist ja eh nie passiert ne also das gehört sich eh nicht aber ähm frauen europameisterschaft als im wembley den titel gewonnen haben und jetzt beispielsweise sollte das jetzt am sonntag passieren auch ich war beide mal im stadion manu da muss ich leider sagen dann hoffe ich dass du kein ticket bekommst weil nicht nur du Benni der ganze chat von uns oder warte mal machen wir mal eine umfrage Influencer raus aus dem stadion bitte die bitte die Debatte nicht noch aufmachen das wird sonst hier heute mach ich mal ein video zu also habe ich mir schon auf meine Themenliste geschrieben da habe ich auch ein paar Sachen zu sagen sehr gut ähm also mein punkt den ich habe bei ähm Spanien womit also weil die schon Angriffsfläche bieten finde ich ähm das hast du vor allen Dingen gemerkt nachdem sie es ging also was die auf was auf keinen Fall passieren darf aus äh spanischer äh aus spanischer dass die ein frühes Gegentor bekommen weil äh wenn England mit der Qualität die sie haben und ich finde das hast du manu du hast ja gestern im Stadion auch gesehen dass ähm wenn Frankreich bis zu dem Zeitpunkt wo äh äh Jamal dieses crazy Tor macht äh muss eigentlich Frankreich das 2-0 machen also ich war in der Krass am Drücker ähm und in ich glaube wenn England es schafft früh ein Tor zu machen verliert Spanien das und der zweite Punkt den ich sehe bei England wo sie Spanien halt einfach überlegen sind ist die physische Komponente weil ich glaube also ich glaube nicht daran dass Gary Southgate das gegen den Ball ausspielen kann weil sie ja auch unter Gary Southgate dazu neigen so einen Angsthasenfußball à la äh EM-Finale gegen Italien zu spielen wo sie dann so ein Abwehr- oder Mittelfeldpressing sehr sehr ähm ja passiv spielen und ich glaube aber dass sie wirklich ne Chance hätten wenn sie mutiges Angriffspressing spielen gegen Spanien Mann gegen Mann weil sie physisch überlegen sind und unter diesen 2 Aspekten die ich jetzt genannt hab glaube ich schon dass England ne Chance hat äh ist natürlich aber auch ein Ritt auf der Rasierklinge weil du im Endeffekt wenn du das Pressing nicht funktioniert von Spanien halt komplett hergespielt wirst und ähm wer wird Fabian Ruiz aus dem Spiel nehmen der Glenn Rice glaube ich ja ähm du es ist halt die Frage wen er reinbringt es könnte sogar sein wenn du ich glaube eher Gallagher Gallagher gegen Ruiz ich glaube es nämlich auch ich glaube nämlich dass der jemanden ähnlich wie es Julian Nagelsmann versucht hat mit Emre Can ähm dass der mit Conor Gallagher jemanden reinbringen wird oder vielleicht sogar mit Adam Wharton obwohl ach der naja glaube ich eher nicht aber das wäre ja schon wieder ein Transferdenken wenn dann muss das von der Tischtennisplatte auskommen mein Freund ja ach come on ey die Diskussion führe ich heute mit dir nicht mehr ähm ne ich also ich ich glaube tatsächlich Conor Gallagher wäre der Mann oder du gibst halt äh Mainu eine andere Rolle also man muss ja dazu sagen England löst es ja im hohen Pressing auch anders ne also Mainu presst ja aus einer 10er Position und Bukayo Saka presst ganz häufig aus der 6 äh aus der 6er Position heraus wenn sie hoch anlaufen ich glaube aber Saka gegen Fabian Ruiz könnte bitte äh bitter werden für äh England und deswegen Conor Gallagher lange Rede kurzer Sinn und äh ich glaube aber auch dass Spanien das macht sind wir uns alle einig oder? ja wir hoffen es und der Chat geht in eine ähnliche Richtung wir sind noch nicht ganz durch aber 71% gehen mit Spanien 14% 20% gehen mit England und ausgeglichene 5% jeweils nach 11 Meter schießen zur jeweiligen Mannschaft wobei jetzt gleicht sich es ein bisschen aus paar Minuten eine Minute haben wir noch dann bin ich gespannt dann würde ich aber sagen sind wir auf jeden Fall jetzt um 0.23 äh mit unserer Rapid Reaction in Anführungszeichen so Rapid sind wir nämlich leider nie also das haben wir nie geschafft ähm wir sind dann für heute durch äh und an allererster Stelle natürlich äh danke Manu dass du heute uns bereichert hast äh es war uns eine Ehre sehr gerne vielen Dank äh und jetzt geht's an die Tischtennisplatte glaube ich ja jetzt geht's an die Tischtennisplatte möchtest du noch für irgendwas Werbung machen nochmal erzählen wo man nicht findet ich glaube das muss also ach aber wir können ja Werbung für unseren gemeinsamen Stream machen das wenn ihr beide wenn ich das richtig verstanden hab auch äh wieder zu mir kommt das wird ja nach dem nach dem Finale sein Dienstag 21 Uhr ich glaube 21 Uhr sage ich jetzt einfach mal wir haben noch glaube ich überhaupt nicht über die Uhrzeit gesprochen aber auf jeden Fall Dienstagabend ähm kommt ihr wieder hierher das wird dann sowohl bei euch auf Twitch gestreamt als auch bei mir auf YouTube dann können wir mal über Spanien sprechen wieso Spanien verdient Europameister geworden ist und ähm nochmal über das ganze Turnier so ein bisschen im Recap einfach die die Highlights uns zusammenpicken und ähm ja so ein bisschen über die Heim-EM sprechen auch ein bisschen Emotionen ein bisschen was hier bei uns im Land abgegangen ist freue ich mich ehrlicherweise ziemlich drauf wir uns auch wir äh wir freuen uns extrem da drauf äh das können wir auf jeden Fall so festhalten ihr könnt es euch in eure Kalender eintragen ähm wird natürlich dann sowohl bei Manu als auch bei uns auf Social Media nochmal äh äh veröffentlicht wann wie wo was ähm aber ich würde sagen wir klicken euch jetzt erstmal zu Vanessa Lopez official äh gibt den nächsten DJ den Flo rausgesucht hat äh tausend Dank an tausend Dank an alle äh Follows an alle Abos danke nochmal an Manu danke an Flo und äh Peace out haut euch rein ich freue mich auch auf Dienstag vielleicht teibt ja irgendjemand so eine kleine portable Tischtennisplatte auf das wäre doch riesig spiel mit dir nie wieder Tischtennis mir versaut ich bestelle eine so eine ganz kleine das mache ich jetzt schnell haut euch rein ciao ciao miteinander ciao ciao